Shalom Aleichem, liebe Freunde, liebe Chavereen, jetzt ist Zeit zu zeigen die Liebe und den Support zu Israel, zu den Jieden, zu allen Bürgern, zu den Soldaten, für die Bewohner. Sei so lieb, helf, spende von euren Herzen, ihr schickt euch unten einen Link, ein wunderbarer Amutat für ein Yad Be Yad in Israel. Sie machen wunderbare für Soldaten, Socken, Kleider, Essen für Kinder, alle gute Sachen. Bitte spende. Ihr könnt mir gerne sagen, ein Message, ihr habt das gemacht. Bitte bitte, ich bitte euch vom Herzen. Ich habe euch noch nie was gebetet, so groß wie heute. Bitte sei großzügig, das ist unser Land, das ist unsere Existenz. Wir werden alles tun, um unsere liebe Kochota, Bitachon und Soldaten und die Kinder zu unterstützen. Hier ist unten ein guter Verein. Ihr habt mir gefragt, was könnt ihr machen? Ihr könnt dort spenden. Gib mir ein Signal, das habt ihr gemacht. Oder nicht. Es für Hashem.